Ladies and Gentlemen, entspannen Sie sich und genießen Sie die Reise. Der Kalte Krieg weicht nun etwas Neues. Alles, was da draußen vor sich geht, hat irgendwas mit ihr zu tun. Was man getan hat, lässt sich nicht mehr ändern. Aber wir können alle noch ändern, was wir tun werden. Vielen Dank.